Musik Nochmals herzlich willkommen auf Mütliberg. Was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt zwei Stunden hier oben verschiedene Aktivitäten machen. Das heisst, wir haben zwei verschiedene Pösten. Sprich, wir machen eine sogenannte Jütliberg-Olympiade. Es geht um Spiel und Spass und selbstverständlich um einen schönen Preis, den man gewinnen kann. Bist du nie auf der 7? Ja, passt. Das schaffst du. Nur das Beinheben. Wuhuu! 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 Nur beide geht's, oder? Ja! Wuhuu! 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 Ja! Jetzt ist es einfach. Sekunden. Zwei. Eins. Fertig. Richtig sexy. Du schaust in sexy die Kamera. Nein, schon bin ich so schwingend. Kuss. 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 Berge. Doppel darle. Ja-haha-haha-haha-haha-haha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ja. Drei, 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 Je-ah. Du bist ganz von zwei, beschrieben. Ganz von zwei, sollen wir stehen! Ah! Und was haben wir stehen. Es ist mehr als du! Also bist du schnell als du! Es ist schnell als du! Vielen Dank.